Auf geht's nach Malmö, mal wieder. Die südschwesische Stadt richtet bereits zum dritten Mal den Eurovision Song Contest im Mai 2024 aus. Der Grund, ganz klar. Ausnahmesängerin Laureen hatte den diesjährigen ESC in Liverpool mit ihrem Song Tattoo für Schweden geholt. Deshalb darf das Land den Musikwettbewerb im nächsten Jahr zum nunmehr siebten Mal ausrichten. Das große ESC-Finale findet am 11. Mai in der Malmö Arena statt, übrigens genau 50 Jahre nach dem historischen Grand Prix-Erfolg von ABBA.